Also das Wasser findest du schwer? Das ist eigentlich nicht schwer, aber ich komm da einfach nicht mehr vorbei oder fall einfach runter, weil das scheiße ist. Das kann einfach nicht wahr sein. Aber gar, schon wieder geschafft. Alter. Das ist mir gerade so peinlich, ey. Ja, ist es auch. Ich krieg diesen Sprungi einfach nicht mehr hin. Das kann nicht sein. Das ist geil, ich hab fast nur noch Google Jumps, weil ich jetzt am Hochschule... Und weißt du, was auch scheiße ist? Ich krieg das einfach nicht geschissen. Das kann nicht sein. Fail. Hast du es gehört? Nee, weißt du. Ich hasse vierer Sprünge, ey. Das ist einfach nicht wahr! Ich hab gehört, du magst Schleimhämmers. Ach komm schon, das ruckelt schon genug. Ich kann ihn nicht platzieren, daher doof geworden. Das ist nicht wahr! Achso, ich kann ihn mit dem Handeln. Doch, jetzt. Feuerschutz 2. Einen Eisenkussplatz hat er wieder mitgegeben. Aha. Reicht gut. Dann muss ich ihn aber leider... ...bam, bam, 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 töten. Und ich will gar nicht wissen, wie du grad dein Headset vergewaltest, weil... Ja, das ist immer, wenn ich mich mute, weißt du. Dann hört es trotzdem in der Aufnahme. Ich weiß. Das ist einfach nicht wahr! Das kann meine Zuschauer beweisen, dass das behindert ist. Das... Das geht einfach... Das ist eigentlich... Ja, kannst du ja mal gucken, wie das bei mir ist. Ich springe nicht durchs Wasser, wird aber trotzdem verlangsamt und schaff das nicht. Du darfst auch nicht zu sehr an die Wand. Boah. Siehst du? Alter. Jetzt kacke ich aber wieder bei diesem Vierersprung. Wetten? Du musst einfach nicht... Das ist so... Das ist... Das ist so klar! Das ist einfach so klar! Das ist einfach nicht machbar! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das Server lag. Bei mir gar nicht. Das ist doch deiner. Ich weiß nicht, wo ich da gerade hingesprungen bin, aber... Alter! Boah, ich brauch wieder mal busy, bessere Laune, ey. Ja, darf ich sagen, mach mal gleich mal Aufnahmepause. Nee. Oder? Ich hab grad Musik im Hintergrund laufen. Ja, und? Ich hoffe, dass sich da nicht die Gamer beschwert bei diesem Lied. Wie was denn? Keine Ahnung. Techno-Bass Pinball. Hat auch ein anderer schon bei diesem YouTube-Video. Ich glaub nicht, dass der eine Lizenz hat. Ja, aber du musst, ähm... Äh, in Beschreibung packen, wie jetzt das, wer da kommt. Oder was das ist, genau. Natürlich da einen Link reinmachen. Ja, würd ich sagen. Das ist einfach nicht wahr. Oh, was würd ich jetzt so gern die Challenge überspringen, ey. Ja, mach einfach. Nee, ich, dafür ist mein Ehrgeiz zu groß, ey. Kann ich schon mal die nächste anfangen? Nee. Dann hab ich gar nichts mehr zu machen. Denn mach ne Aufnahme, oder mach nen Cut. Nein. Wir sollen ja schon alles sehen. Das ist einfach nicht wahr. Bum, 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 bum. Wir nehmen doch ne halbe Stunde auf. Nee, wir nehmen so lang auf, bis ich es schaffe. Ja, aber ne halbe Stunde muss ich hinten aufnehmen. Sonst kommen wir nicht mit dem Zeitplan klar. Das ist nicht wahr. Boah, ganz ehrlich. Diese scheiß Doppeljump-Taste, ey. Boah. Also das ist ein spezielles Grupp, ob ich keine Blöcke platzieren kann, oder? Ja. Ich kann wirklich... Was ist das denn? Oh, riechst. Ich will die nicht überspringen, ich will mal alles in dieser Map machen. Da such dir mal ne kleine Map aus. Ne Map, die du kennst vielleicht. Nee. Alter Jump Maps sind eh nicht meine Stärken. Ich liebe Maps mit Story, ja. Mein Craft ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, so Scheißwurstsprünge zu machen, ey. Es soll ja sowieso im Plan kommen. Adventurecraft ist in Planung. Also, kennst du das? Was denn? Adventurecraft. Was ist das? Und dann, äh, da ist, ähm... Da kannst du ein Zelda-Spiel mit Musik im Hintergrund. Also das ist automatisch reinprogrammiert. Mit Zwischensequenzen und so weiter. Und, äh, ja. Und Bossgegner natürlich. Also Riesensgeld als Bossgegner mit Kampfmusik und... Einfach richtig geil. Und Link spricht dann auch richtig zu dir. Das ist schon eine gute Adventure-Map, aber... Da gibt's auch noch so ein paar andere, wie Beispiel Amnesia. Das ist... Amnesia. Die haben auch noch Amnesia. Mit Adventure-Map, genau. Mit Amnesia-Musik, mit der Kult, mit Amnesia-Pombie. Die gleichen Geräusche. Alles. Und vor allem die gleichen Texturen. Nur halt in meinem Kopf. So, so ein Amnesia-Texturen-Pack oder was? Ja. Das ist einfach ein Scherz, weißt du was? Ich, ich, ich kack da jetzt drauf, ey. Überspring? Nee. Ich überspringe nie was. Ich will immer jeden Sprung einmal schaffen. So mache ich das dann. Das mache ich dann. Ich bin creative-Modell, dass ich wenigstens jeden Sprung mal geschafft. Ja, jetzt kack ich schon bei diesem hier. Aber wenn du kreativ warst, ist das aufgeben. Nee. Das ist nicht aufgeben, es ist überspringen. Da macht man auch, da macht jetzt die ganze Zeit, die kreativ, und ich entspricht auch so weiter. Oh, das ist ein Scherz. Ja, geschafft. So, den noch? Jawohl, den habe ich auch geschafft. Das Na ja, egal, den habe ich geschafft, auf jeden Fall den hier. Dann ist auch den hier. so jetzt hab ich den hier hab ich verkackt Alter wieso spring ich eigentlich nie ab weiß ich, dass ich trotzdem was aufgeben das ist, ich spring schon wieder nicht ab ok, dann steht 1-0 du hast dann aufgegeben und außerdem sollte es nicht wieder ab wenn ich mal Gamble aufmachen kann nee ab nicht mal wieder nee doch wie so erkennt er dich denn nicht mehr ich rate dich nicht offen so ihr schwanzlecker, ey jetzt hab ich das auch mal gemacht, ey du machst meint selber auch Gamble aus, ne ich hab Gamble aus Null Null ah, warte mal boah, jetzt hab ich wieder ein bisschen bessere Laune, ey du machst meine Laune schlecht und damit machst du, äh, deine Gute, oder was? ja ich saug dann deine Gute Laune aus, weißt du? ja, machst du auch aber es darf nicht wahr sein, was ist das? ich nicht wissen ich nicht wissen so, Fire 2 noch, äh, 25 Minuten aushalten das ist nicht wahr das, was ist das? das, was ist das? du das werde ich nicht kapieren weil Nipples einfach unlogisch sind wiii das kann nicht sein ich hab doch Doppel W gedrückt das kann nicht wahr sein ich hab doch Doppel W gedrückt das kann nicht wahr sein Alter, ich hab doch Doppel W gedrückt Alter, ich krieg da immer so Guru-Jump Nein! Alter, ich war so weit ich will die Schaffung noch vor dir das kriegste niemals hin Null, vielleicht doch Boah, Alter! Boah, Alter! Bist'n du? Bist'n du? lol, wie weit geht denn das? lol nein, Guru! das darf nicht sein ich hab doch Doppel W gedrückt ich mach erstmal kein Spiel weil dann leckeres Server bei mir weil da einfach AA ist weißt du? der Wittner 16k Leitung da kannst du auch nix erwarten das ist eh ein Wunder das Skype und so geht gleichzeitig noch gleichzeitig läuft noch das YouTube die YouTube Musik im Hintergrund eh ein Wunder, dass meine Internetleitung das ist kapakt hast du Telekom etwa? ja Telekom ist scheiße hey, mein Vater arbeitet da Telekom drosselt nur ja, und die Leute heutzutage die wollen ja auch nix mehr bezahlen das ist unglaublich viel Technik was dahinter steckt die wollen ja heutzutage die wollen ja heutzutage die wollen ja heutzutage warte, was in der Schule weißt nicht wie das abgeht wenn sie auch am Film werden sie sich voll drehen das ist so klar, ne? da hast du alle Telekom in der Schule das generell von uns hat keiner mehr Telekom weil wir werden nur gedrosselt und sowas wir werden die ziehen uns ab einfach dann sollen sie halt wenn sie schon ein Programm machen ansonsten wo hast du denn verkackt bei welchem Sprung? bei dem mit der Leiter da wo du da um die Ecke da ist ein Gurusprung weil das selber nicht so geil ist ah ok LOL das darf nicht sein wieso? ja, das ist genau so was wie ich boah, das ist einfach nur Krütze ich, ich ist bin ich gegen einfach gegen die Leiter gesprungen aber ich frag mich wieso ich das nicht geschafft hab auf der Leiter zu stehen ich hab Doppelsprung ja, vielleicht darf man keinen Doppelsprung machen zuerst noch ein bisschen trollen wenn ich mit nem Zeitvorsprung hab jetzt werde ich grad besser ich merk's ich seh's kaum ja ja dahin alles klar ja lol, wie weit geht denn das noch? ja genau komm mal los ja dann komm und zieh's dir an ey komm her hier geht's doch lang hier dann da dann da dann da dann da hier hinten noch da rum ja ich seh's ja will die mich verarschen versuch dein bestes ja und jetzt kommt Nippel ey ja ja und du das jetzt machst ey guckst du zu NEIN ich werd nicht sagen, du bist am Schleppgang vorbei gesprungen du bist am Schleppgang vorbei lol du bist am Schleppgang vorbei du Bobbi nein das war doch mal das war ans da da wo der Leiter da ist ein der hat ein Checkpoint warte da was ich bin an einem Checkpoint vorbei ja warte mal ich muss hier grad nochmal mein Spawnpoint neu setzen ich bin und ich bin so böse und sag's auch noch nicht lol das darf nicht wahrseitig hat's geschafft ja aber du hast es jetzt ja auch nicht geschafft ja sei du mal ruhig du bist im Moment der Vollnub ja du da ich hab dieses Wasserdick noch mehr Geld naja aber wenigstens hab ich noch jeden Sprung mindestens einmal geschafft ja und das ist immerhin besser als nur überspringen es ist für mich das gleiche wie aufgeben wenn du Gamut anmachst kannst du Eislands hinwerfen du musst mich alles in ein durchmachen das ist einmal die ganze Challenge ja das ist aber scheiße weißt du das heißt ich anmachst okay da macht jetzt Gamut und versuch ne ne nein nein aber das heißt dass du aufgibst so nein da versuch ich jeden Sprung selber an ne ne also erst wenn man das ungefähr paar Stunden gemacht hat